Ja, moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Wir gucken uns wieder den täglichen Gegenstand-Shop an. Und Leute, ich muss schon in drei Stunden wieder aufstehen und mein Cousin zum Flughafen fahren. Schöne Grüße auf jeden Fall an dich. Dank dir habe ich gar keinen Schlaf. Aber wie nichtsdestotrotz gucken wir uns, wie gesagt, den Shop an. Ich wollte das Ganze nicht hier aussetzen heute, weil es mir ganz wichtig ist, heute dieses Video hier für euch zu machen. So, ja, was ich nochmal ansagen wollte, ist, dass ich derzeit ein Gewinnspiel am Laufen habe. 3x20€ V-Bucks könnt ihr gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach ein Like da lassen, Abonnent von diesem Kanal sein, die Glocke aktiv haben. Hashtag Tactics Gaming in die Kommentare. Nicht Armin, diesmal trotzdem. Ganz, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das alles in die Kommentare schreiben werden. Und teilt dieses Video mit euren Freunden, damit sie dieses Video auch sehen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich lade auch in letzter Zeit sehr, sehr oft Rette-die-Welt-Videos hoch. Möchte ich jetzt jeden Tag ein Video hochladen, also möchte ich es auch durchziehen. Aber nichtsdestotrotz gucken wir uns jetzt den Shop an. Wir haben heute auch wieder sehr, sehr viel im Shop und sehr nice Sachen im Shop. Wird euch auf jeden Fall gefallen, aber wir fangen hier unten mit dem ungewöhnlichen Outfit an. Und zwar die Dschungelspärerin. 800 V-Bucks für die Dschungelspärerin. Und die ist einfach ein Standardskin, aber mit so, ja, wie soll ich sagen, ja, Tarnung einfach. Finde ich ganz cool. Kann man sie auf jeden Fall geben für 800 V-Bucks. Jolly Roger, ein Hängegleiter mit dem Totenkopf, hatten wir vor zwei Tagen auch oder drei Tagen. Meinte ich ja, diese Totenköpfe sind absolut nicht mein Fall. Und 500 V-Bucks würde ich hier nicht ausgeben. Dann die Hacktechnik. Finde ich richtig cool. Also auch mit dem Funken oder Feuer da vorne richtig nice. Also das Teil feiere ich auf jeden Fall. Auf der anderen Seite glüht das noch richtig. 800 V-Bucks könnt ihr euch auf jeden Fall hier gönnen, wenn ihr diese 800 V-Bucks auf jeden Fall auf dem Konto habt. Wenn nicht, auch unten in der Videobeschreibung habe ich euch PSN-Karten verlinkt. Könnt ihr bis zu 10 Euro sparen. Checkt es auf jeden Fall aus und könnt euch natürlich Xbox-Karten auch gönnen. Dann gucken wir uns nochmal den Spezialkommando an. Und Leute, diese Hüte oder Mützen oder Köpfe sollen ja kommen in Zukunft. Habe ich ja schon geleakt oder habe ich euch schon erzählt. Ich bin mega gespannt. Dann werde ich mir auf jeden Fall die ein oder anderen Skins mehr kaufen. Weil ich einfach oftmals auch Skins einfach nur möchte, weil ich diese Mützen und so cool finde. Deswegen hier absolut ein richtig cooler Skin wegen der Mütze. Leute, Disco-Fieber. Auf jeden Fall ein Klassiker unter den Emotes. Für 800 V-Bucks kriegt ihr hier diesen Disco-Fieber-Emote. Leute, gönnt euch das Teil, wenn ihr diese V-Bucks habt. Das ist auf jeden Fall ein Klassiker. Der wird auch nie alt und der wird auch nie langweilig. Und dann kommen wir auch direkt zu einem Emote, das komplett neu ist heute. Und zwar Pumpernickel. Ich weiß nicht, was das sein soll. Irgendwie sieht das richtig strange aus. Aber Tanz gewordene Brotback-Kunst. 500 V-Bucks hier für Pumpernickel. Gehört euch das Teil, wenn ihr das witzig findet. Ich weiß noch nicht, was das sein soll. Ich finde es auch noch gar nicht. Ich kann das irgendwie noch zu gar nichts einordnen oder zuordnen. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so stehen. Dann kommen wir zur Lupenhacke. Für 800 V-Bucks hier eine Lupe, die ist richtig nice. Und das Ganze ist ja das Detektiv-Set. Und dazu passend haben wir nochmal das Vize-Modell 1. Hier ein Hängegleiter, richtig oldschool. Dieses Fahrzeug einfach, richtig heftig. Mit dem Lama vorne drauf soll wahrscheinlich ein Rolls Royce sein. Aber das Ding sieht auf jeden Fall richtig episch aus. 1200 V-Bucks, finde ich gar nicht mal so viel dafür. Also auf jeden Fall ein ganz gutes Schnäppchen, was man da machen kann. Und dann haben wir nochmal hier den Schnüffler. Mit seiner Tasche, mit den Akten und sowas. Hinten für 1500 V-Bucks. Die Beweismitteltasche und den Schnüffler gibt es für 1500 V-Bucks. Und natürlich nochmal den Noah oder Neuer. Oder ich glaube eher Noah. Mit dem Hinweis Detektor hinten auf jeden Fall dran. 1500 V-Bucks, entweder den oder den. Ich finde beide richtig nice. Natürlich gibt es nochmal die weibliche Variante. Und zwar die Detektiven mit dem vertraulichen Fall hier hinten. Und das war es auch. Also diese Sachen haben wir auf jeden Fall. Aber wir haben noch etwas im Shop. Und zwar die plüschige Rabaukin. Ja, ihr habt richtig gehört. Die plüschige Rabaukin für 1500 V-Bucks. Diesen Hasenskin haben wir heute im Shop. Kann man sich auf jeden Fall geben. Aber Leute, das war es immer noch nicht. Wir haben natürlich nochmal Karottenknüppel hier. Das Ding habe ich irgendwie noch nie gesehen, muss ich sagen. Keine Ahnung, ob mir das nur so vorkommt. Aber 800 V-Bucks für diesen Karottenknüppel. Ich habe das Ding noch nie gesehen, muss ich sagen. Also ich mache schon richtig lange Shop-Videos und ich habe das Teil irgendwie noch nicht gesehen. Vielleicht ist es mir auch noch nie aufgefallen. Aber natürlich nochmal den Langohr Marodeur. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Aber 1500 V-Bucks hier. Hart gekocht mit dem Ei hinten drauf. Richtig witzig. Und das ändert sich aber auch mit den Farben. Richtig cool. Kann man sich auf jeden Fall auch gönnen. Und das war es auf jeden Fall mit dem Shop von heute. Das Ganze bleibt auf jeden Fall heute bis 2 Uhr wieder. Und danach kommt ein komplett neuer Shop. Checkt es auf jeden Fall aus. Und ansonsten, wenn euch irgendwas gefallen hat, könnt ihr euch unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall V-Bucks können. Lasst eure Post-Wertung da. Abonniert vergessen, um weiteres nicht zu fassen. Und natürlich die Glocke aktiv, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Dann sage ich Tschau und Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.